Hallöchen, hier sind wir wieder mit Stardew Valley und ich die richtige Szene finde da. Hallo. So, dann haben wir jetzt Leon erfolgreich integriert, das hat das Ganze gerade etwas herausgezögert, weil wir nicht gemerkt haben, dass alle Slots voll sind. Oh, heute ist ein Rezept, Lucky Lunch. Den und ihre Mods. Ist halt praktisch. Ja, ich hätte, naja, was ist das? Man muss eigentlich das Ganze spüren auf Englisch. Äh, das ist mit einem Update automatisch passiert. Du musst das im Hauptmenü selber umstellen. Bei mir schon. Ich meine, dass es bei mir vorher auch mal auf Deutsch war. Ich hab einen Brief. Oh fuck, ich muss ja Leon nicht muten, damit der Stream ihn auch hört. Ja, wär gut, ne? Ich hab viel Glück im ersten Jahr. Ich hab ein Probes bekommen. Hallo Sunny, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Hallo, Tansai. Komm, komm, ist mir mein Haus dekorieren. Das hab ich irgendwie letztes Mal gar nicht gemalcht. Ja, das ist ein bisschen viel Spaß machen, weil... Es gibt hier wohlgemerkte Hühnchen, was Leon heißt. Cool. Es ist ein Schattenhuhn. Ja, es gibt auch eine Ente, die heißt Marcel. Leon, du Schattenhuhn. Äh, vor allem ist es ja nicht so, dass irgendwie unsere Pferde bleibt auch. Wenn mein Pferd heißt... Äh... Wollen wir uns nochmal sehen? Wie viel Post kann ich... Ich habe die Post von den letzten zwei... Oh Gott. Vermutlich. Ja, kriege ich. Du bist ein bisschen müder. Dann hoffe ich, dass du mal in nächster Zeit wieder besser schlafen kannst. Du solltest mal in die Stadt gehen. Sollten schmolken, Mann. Ich muss gleich, ob ihr ein dunkles Schild geht. No, du bist hinter mir des Ladens aufgeschlossen, bevor du Zeit hast. Ich möchte dir was zeigen. Billy. Kannst du dir auch zeigen? New Crafting Recipe, Dark Sign. Ja, genau. Also halt, Anzeigeschild, nur halt in Dunkel. Maui. Oh Gott, was ist denn hier los? Und Willy möchte mir sein Backroom zeigen. Ja. Was waren Louis und Robin hier? Ja, ja, das meinte ich. Ist da noch Bestellungenbrett? Ja, irgendwo Erze oder so, dass mir den ganzen Matriken aufwerten kann. Ja, klar. Wir haben ein Lagerhaus. Ein super cooles. Ein Lagerhaus. Ein Lagerhaus. Jetzt links neben meiner Hütte. Deine Hütte ist wo? Rechtsrum. Rechtsrum. Die Haupthütte oder was? Mhm. Oh. Ich hab irgendeine Quest-Set angenommen. Wir brauchen ihn zum Aufwerten nach... Äh ... Ähm. Kapfer, brauchst du... Achso nach Silber. Ja, selber, oder? Kannst du ja auch nicht direkt mit Iridium machen!? Du brauchst erst... ... ich weiß nicht. Kannst du direkt mit Iridium anfangen? Ich hab kein Iridiumzeug. Nein. Ich meine nicht... Ist ein Stahl, Alter. Wollen wir mit meinen Einstellungen machen, oder? Nehm einfach alles mit, ich nehm Iron, ich nehm Gold mit, ich nehm alles. Oder muss man doch erst Kupfer machen? Ja. Kann sein, dass Lernen vom Level Skill halt so niedrig ist, dass er beim Kraft, was ich erstellen kann, ich weiß es nicht. Ich bin überfordert mit, wo meine Sachen reinkommen müssen, das war ich damals schon, als wir es noch gespielt haben. Ja, geh mal zu Robön und lass mal ein Eckraum Südzimmer hinzufügen, Lena. War Pam nicht trocken? Wieso? Weil ich ne Quest hab, dass ich eher Schnaps aus Kartoffeln machen könnte, und zwar zwei Fässer. Ich hab acht Tage Zeit dafür. Ach doch, ach man startet mit diesen normalen Dings, man muss erst Kupfer machen, ne? Ja. Ja, ich glaub man muss die mal nachher nach aufwerten. Ja, ich glaub man muss die mal nachher nach aufwerten. Eine Kopfer Trashcan, wenn Trash... Mhm, du hast die Geld zurück, wenn du Sachen mecklst. Warum ist ja eigentlich... Trashcan jetzt aufwerten? Oh Gott, ist das gut. Warum ist was? Warum ist hier eigentlich überall dieses blöde... Ach, man kann ja nur ein Tool aufwerten, ne? Heu. Weil Heu gewachsen, warum? Ich kann ja basically jetzt gar nichts machen, bis ich alles aufgewertet hab. Außer Fischen. Ich frag mich auch, wo einfach meine Axt denn ist. Dass ich keine Axt mehr mit hab, find ich irgendwie sehr interessant. Ich hab die auch nirgendwo. Ja, wir haben doch diese eine Toolkiste im Lager. Ja. Wo kommt denn der Stoff hin? Der gute. Bist du meine Axt noch? Nee, hast du nicht. Hier? Ha. Komisch. Wer angelt hier eigentlich? Ja. Auf deinem Pferd. Und ja, mein Pferd ist hübsch. Nein, dieser Hut geht gar nicht. Super hässlich. Du gehst gar nicht. Du bist super hässlich. Nein, das ist richtig. Liebe. Liebe, Harry. Liebe. Aber warte mal, ihr habt doch genug Geld, ne? Dann kann ich mir doch auch gleich mal bei Pierre die Taschen holen, oder? Ja, klar. Wir können übrigens sogar Alge, Alge, Alge spielen. Alge, Alge. Alge, Alge. Alge, Alge, Alge. Was ist das Casino, oder was? Ja, richtig. Es gibt ein Casino. Uhuhu. Ja, gut, dass es das gibt, äh, wissen wir ja. Ich wollte es nur anmerken. Oh, so viele angeln. Ich hab noch ne... Ich hab ne Silberaxt, aber also noch das Iridium. Was ist los bei mir? Was ist denn los mit dir? Ah, 2000 Tagen kostet ihr. Was geht von deiner, ähm, von deinem Guide ab? Welches Guide? Ich krieg nichts als auf Kopfschmerz. Ich hab immer noch diesen, ich angle zwei Fische auf Amatit. Tüder. Lümmel, du. Mh? 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 Wenn der Pferd auch Leon heißt. Wo sieh ich das nochmal? Verdammt. Ich seh's auch nicht. Escape-dricks, Mann. Ja, alle Pferde Leon nennen. Ja, also, ich hab Leon der dritte. Ja, also, ich hab Leon der dritte. Ja, also, ich hab Leon der dritte. Ja. Tü-Tü-Tü-Tü. Also, wenn dein Pferd dann nicht Leon der, äh, vierte heißt, bin ich echt enttäuscht. Irgendwann reist Leon sich ja selber. Ist das nicht ein bisschen wird? Ich hab'n Pink Cake von meiner Mutti gekriegt und ihr nicht. Und Kekse von Ommi. Zubi Schmubi. Schmoppi Schoppi. Stimmt der in einer automatischen Mailmaschine? Hatte ich geschafft, alle legendären Fische zu kriegen? Da war ich ja voll hinterher. Kannst du auch nachgucken. Weil wenn welche fehlen, muss ich die unbedingt noch angeln. Ich würd auch mal sagen, dass wir morgen ganz früh zu Willi alle gehen, um das mal zu gucken, was er da uns zu erzählen hat, würde ich sagen, oder? Verzählen? Du Willi, was hast du uns zu erzählen? Ja, nicht. Nein, ich will das Ei nicht essen. Ich möchte Mayonnaise daraus machen. Schmajo, Schmajo. So, ist dieses eine Huhn jetzt nicht zurück im Stall? Wie alle anderen? Wie heißt das Huhn? Was so'n Ausreißer ist? Susi sorglos. Halt! Ist das Sorglos, Alter? Ja, das ist mein Ernst. Warum haben wir so'n Huhn? Susi sorglos. Wir hatten doch mal irgendwie, äh, für Kanalfunkte konnte man doch Dinge benennen. Ja, aber als ob irgendwer'n Huhn Susi sorglos nennen will. Es kann sein, dass das ein Standardname ist. Ich hab' keine Ahnung, um echt zu sein. Kann mich nicht daran erinnern, dass wir ein Pferd Susi sorglos, äh, ein Huhn Susi sorglos genannt haben. Ich bin irritiert. Müsste man aber ein Pferd auch Pferdreg nennen. Das ist einfach super. Nein. Leon. Oder Pferd Cell. Der vierte. Die ersten drei sind alle tot, ja. Ja. Wenn du wirklich sehen willst, wie weit man das Haus ausbauen kann, kannst du bei mir gucken kommen. Ach ne. Noch. Dunkel wird. Habt ihr nicht alles freigeschalten über das, äh, Gemeindehaus? Ja. Das ist ja auch fertig, das Gemeindehaus. Entschuldigen Sie, das weiß ich ja nicht. Wir brauchen mehr Käse- und Mayo-Dinger. Du brauchst mehr Käse- und Mayo-Dinger. Ja. Aber das hat sie ja grad irgendwas auch gekauft. Das ist richtig. Ja, ich hab sie halt nur bestätigt. Darf ich sie nicht bestätigen? Nein. Wer durchwühlt hier eigentlich Mülltonnen? Leo, äh, Marcel. Äh, äh, was? Ich hab's grad super laut gehört. Irgendwann ne Trashcan angehauen hat. Ja, das hört man immer super weit hin. Ha, da hat noch... Ha, war ich nicht, war ich nicht. Ich, 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 ich muss los. Aha. Ja. Wieso ist das ne Gießkane und da Hacke bei uns in der... Ich hab mich da reingepackt, weil ich keinen Platz hatte irgendwo. Oh, kriegst du? Weil ich noch keine, weil ich noch keine Bags hatte. Bags. Nimm ich auch gleich wieder raus. Schmecks. Hm. Ai, 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 mein Ferdi. Horst, geht's schon wieder los hier? Sisi? Sisi? Oh lol, man sieht's im Invent, äh, jetzt sogar bei der Beziehung, ob man mit denen geredet hat oder nicht. Ja, und wenn du sie anklickst, oder, dann steht da Loved Gifts and Liked Gifts. Von dem, was man ihnen schon mal geschenkt hast. Oh, tschuf. Es gibt sogar ein richtiges... Oh, du kannst richtig durchschalten. What the fuck? Wo? So, bei den... Ja. Ich hab, glaub ich, noch mit niemandem geredet und kenn... Ich kenn die alle, aber... Ne, kenn ich doch nicht. Wie gut das geworden ist. Ich mein, ist das irgendwie auch einfacher geworden, was ein bisschen... Ja, war das doch alles dieses, äh, der Mod, oder nicht? Ne, keine Mod. Ich hab auch keine Mod. Oh, man kann jetzt seine Aktionsleisten durchschalten. Mit... Mit Tapos kommt man schon immer. Ja. Doch, das kommt man wirklich schon immer. Ne, du hast mein Haus angeguckt. Ich bin traurig. Wer hat das die Haus angeguckt? Der hat nicht angeguckt? Der hat nicht angeguckt, wie weit mein Haus ausbauen kann. Ich hab doch gesagt, ich bin angeln. Weißt du Lena? Ich bin noch sehr damit beschäftigt, Käse und Mayo herzustellen. Es tut mir leid. Ach, der Raum da, ne? Hier nicht nur einer. Oh, lol. Krass. Wie träg ich Dinge nochmal? Möbel und so'n Scheiß. Rechtsklick. Ja, thanks. Hat die auch so'n Möbeltisch bei mir stehen? Ich glaub schon, ja. Weiß ich nicht. Ich hoffe. Oh Gott, ich muss meinen selber ausbauen. Oh. Kann ich auch mal machen, oder? Habt ihr Materialien? Habt ihr sicherlich, ne? Ja. Du hast mal ins Bett, gut ne? Klingen wir bei Lena am Bett heute wieder? Ja, ne? Mein Bett. Wow. Der Weinkeller? Okay. Ja, der Weinkeller ist ja nicht, ne? Nicht? Nein. Nö. Wenn du runter gehst, du siehst was Neues in oben. Ein Fernsehzimmer. Hm, jede. Ich hab mich grad gefragt, wenn Lena das Bett liegt, hat dann vielmehr ein, dass sie ja verheiratet ist. Und ich könnte noch die Wand zwischen Schlafzimmer wegmachen, Lena. Ein Wohnzimmer, um wie einen großen Raum zu machen. Okay. Und man kann mittlerweile die Babykrippe wegmachen, wenn man keine Babys mehr hat. Wie viel Uhr ist nochmal Sense? 2, glaub ich. Ne, 1, oder? Oder doch 2, ich weiß schon gar nicht mehr. 2, 1, Risiko. Oh, Darkwing Duck. Ah, sie ist die Fishing-Skill direkt. Nach oben. Ich denke, dass wir heute, sobald wir den Hof gemacht haben, direkt zu Willi, ja? Ja. Aber das dauert halt ewig bei mir. Vielleicht mag mir jemand bei den Tieren helfen. Was ist das Haus? Was ist das Haus abzugraden? War das nur Holz? Ja, Holz und Steine und Money. Money habt ihr ja. Ansonsten können Leon dir helfen. Mit den Tieren dann ist es wieder direkt. Oh, wir haben es nochmal. War ganz gerne. Endswitch plus AC? Machst du damit. So heißt du fucking Hume. Okay, wenn du da abschließt irgendwas, ich kann halt sagen. Äh, darf ich einen Hume umbenennen? Was denn? Batze. Ja, mir egal, aber mir gefällt der Name nicht. Achso. Ja, ja. Kannst du. Vielleicht muss halt auch neue Samen kaufen für unsere Felder. Okay, da heißt irgendwas mit Fischi. Das war von Katze. Das wollte ich gerade sagen. Alles, was Fischi heißt, ist von Katze. Was sie damals sehr, sehr aktiv Knallpunkte davor ausgegeben hat. Was heult's, Michael? What the fuck? Soll ich von Kroka? Kann das sein? Das kann sein, ja. Klingt so naim. Oh, ne, ich bin mal gespannt, weil, ähm, mir ist aufgefallen, der O-Watch-Zwieben, der In-Game-Sound hatte irgendwie einen komischen Hall. Okay. Guck, ob das bis zu der Welle auch so ist oder nicht. Ja, das kann sein. Moment, wir machen das mal anders. Also es klang jetzt nicht scheiße bei O-Watch. Das würde ich nicht sagen. Es klang auf jeden Fall sehr interessant. Ja, es kann dadurch sein, dass ich ja, ähm, das TS nochmal in der gesonderten Tonspur habe, aber zusammen mitspielen und dann meine Desktop-Audio. Und wenn die natürlich nicht hundertprozentig synchron laufen, dann kann's weird klingen. Holz? Holz? Holz müsste wenn... Ach, in dieser Pflanzenkiste. Okay. Genau. Lass mal alles mit und gehen mal zu Robbe. Hm. Oder die heute nicht auch. Lass doch erstmal zu Winnie, weil der hat jetzt ab 9 Uhr offen. Ja. Wohin mit den Teufeln? Weil... Dann behalt's und baust morgen früh wieder hin. Ich will nicht sagen, dass ich bei Willy bin, aber zwar an einer anderen Stelle, aber ich bin bei Willy. Ich will auch auf 9 Uhr. Nein, Kuh, falsche Richtung. Wo rennt die hin? Ja, lass sie einfach draußen, dann können sie mal über den Hof rennen. Okay, also bin ich aber auch am Strand und warte auf euch. Nicht mehr bei Willy. Ich würde hier die ganze Zeit durch die Gegend teleportieren. Ich hab hier auch Will... Okay, ja, ich seh schon. Ich brauch vielleicht auch noch ein bisschen. Alter! Ich krieg hier ständig in jeder Map zwei Events. Ja, du... Kommt die ganzen Anfang an. Ah, Leon, I've been waiting for you. Nein, tust du nicht, ich kenn dich nicht mal. Deswegen hast du dich auch willkommen, weil du nicht kannst. Ach, leu, hier unten war ja so ein Mien-Ding. Ach, nein. Hm? Ich hab auch ne Zwischensequenz, ja. Ja, ich hab eine mit Louis und Robin. Ohoho. Ja, darf ich jetzt weg hier? Ja, schön. Ja, okay, das... Ja, okay, das... Ja, bis 17 Uhr habt ihr Zeit. So lange werden wir die offen. Ich versteh das mit dem Special Allerspot. Danke. Ja, du... Wo kommen diese Fliegensounds her, what the fuck? Die gab's schon immer. Im Sommer. Echt? Hm. Hallo Sam. Ähm... Warum wächst hier überall Gras auf den Gehwegen? Ja, das meine ich ja. Das ist überall alles voll damit. Wächst überall Gras? Was? Sofort Wendy. Sofort Wendy. Och. Könnt ich jetzt endlich hier... Könnt ihr... Dies? Ah. Oh, Malu. Ja. Gut. Noch ein Willy-Event. Okay. Also ich bin am Strand jetzt. Ja, ich auch. Erkennen die alle schon. Willy, geh weg. Lass mich... Ah, jetzt bin... Okay. Jetzt bin ich bei Willy in der Hütte. Oder vor der Hütte. Ja, vor der Hütte. Muss noch auf den erwarten. Guck gleich mal meinen Stock an. Guck gleich mal meinen Stock an. Guck mal meinen Stock an. Was ist meine Meinung dazu? Ich hab'n Toffel. Ich hab'n mächtigen Stock. Meine Kekse an. Ich hab'n Hammer. Ja, ist'n Schrimp. Jordan is offering you this clay. Will you accept it? Yes. Guck dich meine Torte an. Ja, können wir. Ähm. Oh. Danke. Oh, mein Pferd. Oh, mein Pferd. Ja. Mein Pferd. Willi, dann zeig uns mal deinen Backroom. Oh, Willy, dein geiler Backroom. Darf ich da auch rein? Ach, stimmt. Sind da eigentlich alle rein dürfen? Glaub ich. Kann einfach rot. Kann man das reparieren? Kann man doch rot fahren. 100. Sänt'ig. Hey, es hält Zeit. Sänt'ig. Hey, es hält Zeit. Ja, das ist, das Bootstum war 50 Jahre alt, uff. Mhm. Wie zur Hölle passt das in sein kleines Haus? Ja, das ist auch ne gute Frage. Das ist, das ist... Er hat halt nen Keller unter Wasser, Mann. Ach so. Wohin, das Stück Hartholz. Hey. Wie viel, 100? 100. Ich hab zufällig grad das ganze Hartholz, was wir haben dabei. Ich glaub es sind nicht 100, es sind 80. 200. 200. Ach lol, ich hab grad 100 verstanden. Und ein Iridium-Anker. Ja, ja, ich wollte grad sagen, Iridium-Anker. Ja, und der Automat da. So wie das Ding aussieht, würde doch ein Holz-Anker reichen. Okay. Okay. Okay, man kann die Materialien immer, wenn man Zeit hat, hierher bringen. Ist dann so generell die Sache. O3-Ausruhrzeichen. Wo? Da kommt nur. Da brauchen 5 Batterien. Sword and Heart, Holzstücke und 5 Iridium-Stäbe. Wahrscheinlich Barren. Also 5 Iridium-Barren, 5 Batterien und 2 Iridium-Barren. Ich finde, Iridium-Barren hab ich lustigerweise dabei. Glaub ich. Dann komm mal rein. Ich hab alle Iridium-Barren dabei. Ja, ich hab auch ein paar. Okay, der Anker ist schonmal durch. Das heißt, 5 Batterien. Ich geh jetzt erstmal Samen und dann guck ich nach den Batterien. Warum geht der denn jetzt automatisch raus? Nicht so viele Batterien haben oder nicht? 300 Pieces of Heartwood. Das ist viel. Das ist echt viel. Das heißt, wir müssen erstmal in den Mystery-Wood. Ja, ich geh da jetzt mal. Ich kann's nicht abbauen. Ich hab keine Angst dafür. Was? Was? Ich hab ne Cut-Szenen und ich weiß grad nicht. Ach so, hier ist geheime Sammlung. Okay. Oh, geime Sprudelsammlung. Da gibt wer Geld aus. Da gibt wer sehr viel Geld aus. Da gibt wer sehr sehr viel Geld aus. Haben wir 100 Blaubeeren? Äh, müsstest du in der Kiste gucken. 100? Bestimmt. Ja, 100. Holen mal so casually. Kauft sich so ein Lambo. Schon 100.000. Nein. Kauft mir casually Samen, damit wir weiter anbauen können. Ach so. Das sind aber teure Samen. Liefer 100. Wieso haben wir zweimal 100 Liefer 100 Blaubeeren? Bitte? Wieso? Hä? Guck mal auf die Quest. Da hast du zwei Balken. Wo guckt man so? Ach da. Lol, das weiß ich nicht. Ernte 100 Blaubeeren und liefere 100 Blaubeeren. Gut, dass das bei mir auf Deutsch ist. Bestimmt an einer Mod. Ich meine, dass auch eine Mod dafür gesorgt hat, dass das auf Englisch war. Du musst 100 Blaubeeren ernten und sie danach abliefern, ne? Ja, das heißt, du kannst keine nehmen, die bei dir random rumlagen. Na ja, können schon, aber du musst ja trotzdem noch ernten. Du musst ja trotzdem noch 100 ernten. Ja, du kannst erst 100 abgeben und sie danach nochmal ernten, toll. Ja. Aber du könntest es tun. Das ist richtig. Ja, ich meine, ich habe auch 28 Tage Zeit dafür. Vor allem, warum seht ihr die Quest auch? Haben wir die alle jetzt? Weil wir sie auch haben. Ja, wir haben die jetzt alle. Lol. Die Fliegen-Sounds gehen mir aber schon ein bisschen auf den Sack. Da musst du dich waschen gehen. Ja, lol. Wieso rennt hier eine Kuh auf dem Feld rum? Da ist ne Kuh auf dem Feld. Mach mal die Tür auf, dass sie zurück kann. Weil ich eventuell auf Versehen den Sound kaputt gemacht hatte und die Kuh dann auf einmal ein Affenzahn drauf hatte. Ja, ich habe doch gesagt, dann lass doch mal draußen rumlaufen. Nee, geht schon gut draußen. Sag das nur das. Das ist keine Ordnung, Freunde. Ordnung muss sein. Ja. Der Kranplatz muss verdichtet sein. Oh, Lena. Ja. Das sind Weisheiten hier. Ich habe ja ein neues White Paper gekauft. Das sieht bestimmt schrecklich aus. Ich werde es jetzt aufmachen. Du musst ja eigentlich nichts kaufen. Ich habe ja einen Katalog bei mir. Oh. Ich weiß nicht, wie man den benutzt, du. Rechts klick drauf. Und dann kannst du durchschalten. Warum wollen die Fische Gelee haben? What the fuck? Das ist falsch mit euch. Die Fische wollen Gelee haben? Ja, da teile ich da unten bei mir. Die wollen ein Gelee haben. Okay. Dann gib denen ein Gelee, wenn wir ready haben. Wo ist der Katalog? Ähm, warte. Bei mir im Haus. Das große Ding ist Möbel, das hier unten ist Katapete und Boden. Ach, und dann kann ich mir die einfach so rausnehmen. Genau, dann kosten die nichts. Aha. Kostet fast gar nichts. Was sind denn hier Gelees? Nee, dann müssen wir warten, bis die ready sind. Oh, wow. Wir verkaufen jetzt größtenteils. Ja, die Fische brauchen das aber morgen früh. Wir wollen frühstücken. Ja, Leon, kannst du das Holz bitte jetzt zurück tun? Ja, mach ich, soweit ich zuhause würde. Das wäre ganz nett, weil ich würde gerne Sachen craften zum Weiterverarbeiten von Wolle und den Trüffeln. Kack. Marcel, hau die Trüffel erstmal in die Kiste mit der Entenfeder, ja? Ach so, ja. Aber ich hatte irgendwie doch nicht so einen Scheiß-Tisch mit Möbel und so. Mist. Aber ich hab den. Also wenn, Katza Mio. Ja, ich weiß. Aber dann müssen wir jedes Mal zu dir, weißt du was ich meine? Ich bin mit den Böden nicht zufrieden. Den hier nehmen wir mal. Okay. Okay, wir müssen. Hm. Ah, der bleibt okay. Da sind noch Eier. Oh, Lena sucht Eier. Ich stelle die Kiste, die ich mal abgebaut hatte, vor an dem Haus, was neben mir stand. Ich glaube, das war Lala's Haus, wo die Kiste stand. Ne, guck aber neben dir. Was, nicht Lala? Ne, Lala war bei Emily. Ach, krass. Unten links. Na gut, ich habe die Kiste jetzt ins Lager gestellt. Hm. War die Musik immer schon so selten, Master the Valley, ja, oder? Ja, die hat teilweise echt so Phasen, wo die halt nicht vorhanden ist. Wo, schon so spät. Ne, das sieht komisch aus. Pass auf. So spät. Weil, ähm, das ist echt nicht so leicht, hier alles zu machen, was man möchte. Es ist ja nicht weniger Zeit als sonst. Und ich fand schon immer, dass es wenig Zeit war. Ja gut. Kann man halt nicht, äh, ändern. Vor allem, weil wir halt echt wenig, ähm, Mayo und Käsemaschinen haben. Mayo. Muss ich halt bestimmt irgendwie fünfmal am Tag da alles drin wechseln. Mhm. Kann man Dino-Mayo machen? Ich habe jetzt ein Dino-Ei. Ich meine schon. Ähm. Ja, aber Dino-Ei bringt mehr, wenn du das so verkaufst, als ich von Mayo. Aber haben wir schon einen Dino, oder müssen wir das ausbrüten? Wir haben zwei, die, glaube ich, schon rumlaufen. Achso. Ich habe jetzt Hofarbeit Stufe 5. Ja, Gigi. Ich habe alles auf Zehnt. Mhm. Bestimmt nicht gecheatet. Nein.